Ja, ne, ich bin's wieder. Kizunai, Harai, ihr mit meinem Let's Play von Shantae, Risky Surrender, ihr dürft mich ruhig hassen für meine Inkompetenz des logischen Denkens in Spielen. Mir ist jetzt wieder eingefallen, dass hier bei diesen Wurzeln ich Feuermagie benutzen kann, um zu Dingsen. Und warum ich nicht darauf gekommen bin, weil es einfach nur logisch ist. I have no fucking idea. Es regt mich gerade selber auf, dass ich so dumm bin. Also jetzt erst mal zum Oktopus, dass er mich zu dieser jeweiligen Höhle bringt. Dann wird's gut. Ähm. Hier. Ja. Ja. Okay, kleine Höhle, da bist du. Also gut, Feuer. Oh, nicht wieder raus! Ich hasse mich! Da ist es! Da ist es doch! Monkey Bullet! While climbing a wall, hold away from the wall and then attack to launch like a bullet. Okay. Nice! Das ist doch etwas, äh, was ich wollte. Oh! Danke. Oh! Dieser verfickten Schnapper! Nope. Ich ignoriere euch. Danke für das Herz. Nein! Oh! So, ist es richtig. Verrreck! Missgeburt. Nope. Richtig so. Einfach sterben. Tod gefällt dir mir echt lieber. Ja. Jetzt muss ich wieder zu diesen Orten hin, wo ich zuerst da nicht rankam. Ah! Wieso muss ich das noch mal machen, hä? Ach, da war ich schon. Hm. Okay. 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 Ach, wo war sonst noch eine Höhle? Oh, danke. Schön, full health zu haben. Wann? Bamm! Genau, genau. So ist es sein. So und nicht anders. Oh. So. Wo war jetzt sonst noch was? Zumindest jetzt hier in der Wüste. Gar's hier sonst noch was hier? Außer die Schützen. Und die Schlangenlady. Nein! Okay, nur diese Höhle. Alles klar. Dann... Zurück! Das war stylisch, komm. Das kann man mir nicht erzählen. Gut. So, Schleim, tot. Ach, nö. So, was war hier? Naja. Das sieht man so in meinem blödes Gedächtnis. Zu viele Höhlen. Zu viel für mein Gedächtnis. Mein Gedächtnis kommt darauf einfach nicht klar. So. Hier war ich? Ja, hier war ich. Mein Gedächtnis kommt einfach nicht auf diese vielen Höhlen klar. Ich komme mir so vor, als ob ich hier die letzten drei Parts nicht wirklich was geschafft habe. Shame. Shame on me. Ups. Shame on me. Shame on me. Ups. Ähm. Ja. Zuerst dahin? Ja. Weil ich meine, da war jetzt was. Ach, was mache ich denn? Jetzt muss ich nur wieder zu dieser Stelle kommen. Und möglichst ohne zu sterben. Nein. Ich sagte ohne zu sterben. Mann. So. Huh. Na? Das ist nicht dein Ernst. Komm, das ist Betrug. Ach, geh erst im Weg. Blöder Toten. Nein. Ah. Mann. Jetzt verarscht ihr mich. Komm. Ich will doch nur nachgucken. For fuck's sake. Darf ich das nicht mehr? Ja. Ich will doch nicht mehr. Oh, wie? Oh. So, da sind wir. Aha! Nein! Ah! Ja, toll, das wird wieder witzig. Nein. Ah, ja, schön. Wie soll ich mich hier festhalten? Ah, ja, schön. Das ist alles für Marmelade. Fick dich, Spiel. Fick dich. Was war das? Ups, falscher Knopf. So, wieder umschalten. Never ever again. Jetzt erstmal gehe ich zurück, speichere das ab, dann muss ich diese Scheiße nie wieder machen. Jetzt darf ich erstmal nochmal shoppen gehen, weil ich fast alle meine Heiltränke deswegen aufgebraucht habe. Danke, Spiel. So, danke. Ich könnte mir das zulegen. Komm. Gönne ich mir. Gönne ich mir. Jetzt. Für diese fucking Marmelade habe ich tausend Heiltränke verschwendet. Also, das sei mir jetzt gegönnt. So. Und jetzt. Ähm. Ähm. Noch hier diese letzten Bereiche mir ab angucken und dann zum Mermaid Cliff. Die Sache ist ja die, ich habe ja soweit alles. Ich habe Kaffeebohnen und eine fucking Kaffeemaschine. Schöne. Wenn man sich hier alles anguckt. Ja. Das einzige, was ich jetzt noch brauche, ist hier dieses verrottete Ei. Wenn er jetzt keine Scherz gemacht hat. Es wäre aber jetzt assig, wenn er, wenn das jetzt nur aus Spaß gesagt wurde. Ja. Oh. Ups. Ich bin mit meinem Kopf ganz woanders jetzt. Toll. Ups. Erstmal mal zurück. Genau. Hier war das ja. Hier war das ja. Acknall. 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 Nooo. Ja, schön, dass ich nicht weiß, wo er steht. Muss ich jetzt doch schon wieder umschalten. Okay. Yay, schon wieder für Marmelade. Das Spiel hat es auch gerade mit Marmelade. Tolle Belohnung. Wirklich. Bamm. Nope. Du schnappst nicht nach mir. So, gab es jetzt sonst noch was? I don't know. Ich weiß es echt nicht mehr. Hm. Es gab auf jeden Fall noch irgendwo hier eine Ranke. Also so ein Rankengestrüpp. War das auf... drüben? Da hilft nur eins. Nachgucken. Ja, das war hier. Halte ich fest. Ähm. Ähm. So, ganz blöde Frage. Ups. Aha! Na, Pizza! Aha, geht das jetzt wieder los? Na, wenigstens sterbe ich dann nicht direkt. Ich sollte meinen Mund nicht so voll nehmen. Also was hat, was hat das jetzt gerade hier mit diesen Dings? Sehr fies. Sehr fucking mies. Das kann man mir nicht erzählen. Das ist mies. Oder am Ende musste ich das so machen. Ja, sure, whatever. Aber... Ah! Ah, jetzt treffe ich nicht. Oh, really? Nochmal. Den Keksel hätte man mir schenken können. Schaffe ich es auch so? Ähm... Ähm... Okay. Never mind that. Is that all? Is that all? Okay. Nichts wie weggehe. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Ort. Und ich will auch nicht wieder zurück. Nein. So, raus hier. Einfach nur noch. Raus hier. Aber ich meine, sonst gab es jetzt erstmal nichts. Weil ansonsten... Will ich das Looten jetzt doch mal abschließen fürs Erste. Und erstmal vorankommen. Das klingt wie ein Plan. Es sei denn, was ist noch in dieser einen Höhle? Ich kann mich echt wieder nicht erinnern. Okay. Ich und mein Gedächtnis. Ich und mein Gedächtnis. Wir sind echt die größten Feinde. Ich kann es echt nur anders nicht beschreiben. Und zack. So. Ich will zurück. Ähm... Ja, es geht nur so. Ja. So. Netter Wurf, Kumpel. Dann will ich jetzt nur noch hier Dings... Zu Dings kommen. Dann we call it a day. Na komm her, kleine Meerjungfrau. Jungfrau. Warum trifft ihr mich jedes Mal? Willst du mich verarschen? Das war zweimal hintereinander. Come on. That's not fair. Ach ja. Das waren ja zwei aufeinander. Puh. Weg mit dir. Bam, 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 bam. Nein? Das machst du nicht. Hallo, safe, Opa. So. Wegen diesem Bereich. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ja. Knutsch dir mal rum. Ach, da brauche ich die Steuerung nochmal. Ah, ha. Here we go. Harek. Harek. Das sieht schon wieder besser aus. Harek. Fisch. Danke für das Herz. So was hat es sein. So nicht anders. Ach, du Blöden. Hör auf zu schnappen. Meine Fresse. Wie machen sie das überhaupt? So, nicht anders. Drop doch mal Herzen. Ach, Mann. Autsch. Hat der Weg auch mal ein Ende? The fuck? Woa! Noch mehr Schnapper! Ja, hurra! Der Weg hat ein Ende gefunden. Ja! Ja! Sehr schön. Mermaid Cliff ist damit frei. Könnt ihr mal aufhören, ständig so an mir zu knabbern? Und damit auch noch durchzukommen! Ah! Blöde Schnapper! Die Zombies! What's this? Until you're packing hot coffee. Feed it! Don't forget to leave room for egg! Okay, also haben sie doch keinen Spaß gemacht. Sie wollen unbedingt auch noch ein Ei. Also der eine. Oh, fuck. Na gut. Da muss ich wohl auf Eiersuche gehen. Und ich lass mich nicht da vereidigen für. Das ist... Ja. Komisch. Ah. Na gut. Dann geh ich mal auf Eiersuche. Egal ob positiv oder negativ. Wer hat den immer gern gesehen. Das war's für meine Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020